Sicherheit ist uns überaus wichtig. Ich meine, es gibt vieles, das geschützt werden muss. Als wir also nach einem Sicherheitssystem für unser Zuhause suchten, wollten wir eines mit hochauflösenden Kameras. Etwas ohne viele Kabel, die überall störend herumhängen. Und mit Kameras, die wir diskret im ganzen Haus platzieren können. Die anderen Systeme waren klobig. Und als wir Alu fanden, mussten wir nicht lange überlegen. Die Installation war sehr einfach, weniger als ein paar Minuten. Weil es keine Kabel oder Steckdosen benötigt, sind unsere Kreativität bei der Platzwahl keine Grenzen gesetzt. Es hat langlebige Batterien, sodass ich es auch draußen installieren kann. Und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, alle paar Wochen wieder da raus zu müssen, um die Batterie zu wechseln. Und es ist großartig für alle Wetterlagen. Man erhält E-Mail-Benachrichtigungen und es funktioniert mit Bewegungssensoren. Wenn die Kinder also aus der Schule kommen, gibt uns Alu per E-Mail Bescheid. Und wenn wir verreisen, wissen wir immer, dass wir in Verbindung bleiben können und wissen, was in oder am Haus los ist. Wir waren zu Besuch bei meinen Eltern 600 Kilometer entfernt und wir hörten, dass es einen heftigen Sturm gab. Ich war beruhigt, dank Alu zu sehen, dass das Haus keinen Schaden genommen hat. Wir können sie einfach von einem Zimmer ins andere bewegen, um unser Baby wirklich im Auge zu behalten. Alu gibt uns innere Ruhe, besonders in der Nacht. Ich hatte keine Ahnung, was nachts im Haus los ist. Genau genommen schaue ich öfter mit den Kameras nach, als ich gedacht hätte. Alu hat unser Leben definitiv beeinflusst. Dank Alu fühlen wir uns sicherer. Es macht es uns wirklich leicht, uns sicher zu fühlen.